Moin Moin und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Theorem. Jetzt geht's weiter mit Outworlder. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, der Vergangenheitstheorem hat da irgendwas missgebaut. Ich habe bereits da schon ein paar Folgen aufgenommen. Ich war da bereits Folge 4 schon. Aber der Vergangenheitstheorem hat bloß die Mikrofon-Spur aufgenommen. In-Game-Sound hat er nicht aufgenommen. Ja, toll. Ich habe mir überlegt, wir waren noch nicht so weit gewesen im Spielstand. Von daher starten wir ein neues Spiel. Das können wir auch immer geleten. So, starten wir mal. Fix ein neues Spiel. Das kennen wir schon alles. Machen wir mal hier mal neu. Machen wir mal easy, relaxed hatten wir. So, starten wir mal. Ja, keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Jetzt soll das eigentlich funktionieren. So. Okay, okay, okay. Dann mal los. Aber das ist, glaube ich, kein Problem. Das machen wir. Okay, so game. Bauen wir das so auf, wie beim letzten Stand. So. So. Da waren wir recht schon weit gewesen. Aber das, naja. Ist nun mal so. Gucken wir mal, hier haben wir schon Muni, eine Waffe und ein bisschen Medikit. Dann können wir dich schon einmal beladen. Dich denn hier auch einmal, denn sind wir schon gut voran. Dankeschön. Wollten wir mal sagen, dass wir das, ähm, ja, als Baufläche verwenden. So. Dann können wir einmal Pendel drücken. Guck. 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 Schon mal ordentlich bauen. Guck. Würde ich mal sagen. Ja. Ich weiß noch nicht, noch nicht, mit ich. Ja. Ah, okay. So. So. Damit können wir schon mal so ein Toolbank herstellen. Eisen fehlt uns. Okay. Können wir auch einmal abbauen. Hier fehlt uns Eisen. Ja, können wir ruhig hier runter bauen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal da links. Hoffe ich mal, dass wir mal ein bisschen Eisen finden. Ja, ein bisschen ärgerlich ist das schon, aber wir waren Gott sei Dank noch nicht so weit Von daher ist das glaube ich halb zu wild. Darum kommt es zuerst heute so spät die Folge, wo ich das bearbeitet habe heute früh. Ja, hatte ich die Zeit leider nicht gehabt, um neu aufzunehmen. Na komm. Jetzt kriegen wir da... müsste Eisen hier sein, oder? Ja, Kohle ist das. Obwohl Kohle ist auch gut. Dann können wir Fackeln herstellen. Ich möchte mal was ausprobieren. Kann man im Hintergrund auch abbauen, ne? Haben wir jetzt Kohle auch mit eingesammelt? Ich glaube nicht, ne? Ah jeher kann wir Eisen. Und zwar nicht wenig. Wir brauchen 10 Stück. Okay. So, Rest lasse ich erstmal da, damit wir zumindest schon mal anfangen zu bauen. Dann brauchen wir zwei Betten, wenn es geht. Aus Holz, ja klar, aus Holz. Dann brauchen wir zwei Türen. Dann machen wir den Hintergrund und machen wir da die Tür rein. Weiß bloß noch nicht, ob wir... Das soll lassen, aber ich denke schon. Erstmal. Erstmal ist das so in Ordnung. So Schnecke, komm rein oder raus. Entscheide dich. Ich kann doch nicht, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Jetzt kann ich. Sehr schön. Dankeschön. Hm. So. Einmal kurz mal weggehen. Packeln bräuchte ich. Dankeschön. So. Das ist schon mal in Ordnung. Und das ist nachts. Das ist wieder typisch. So. Aber wir können mal... so eine Plattform nochmal bauen. Die können wir jetzt nicht machen. Dichtig. Dichtig. Drei. Vier. Vier. So. Sieht irgendwie höher aus als das, ne? Das sind vier. So. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Äh. Äh. Wir könnten jetzt aber noch... Es ist noch ein bisschen hell. Es ist noch ein bisschen hell. Solange es noch hell ist, könnten wir noch Holz fällen. Hi. Wer bist du denn? Rock! Ok. Ja. Ähm. Ähm. Das war jetzt nicht mit A-M-S-E-F. Ähm. Oh ne, das ist noch ein Böser. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Mich hat er nicht gesehen. Gott sei Dank. Äh, gehst du zu? Dankeschön. Ja. Und du bitte auch, ja. Sehr schön. Aber hier auch nochmal. So. So. Damit der Kumpel auch hier rüber laufen kann. Sehr schön. Hier machen wir auch ein paar Fackeln hin. Dich. Dich. So. Baue ich dich mal hier ab. Aber du kommst nach oben hin. Eisen fehlt uns jetzt, ne. Eisen, Eisen, Eisen. Na gut. Ach so. So. Buddy. Buddy. Ähm. Follow me. So. Spitzhacke. Okay. Ich glaube, ich muss das auch noch essen, ne? Okay. Wir müssen weiter nach links. Den Graben. Das kriegen wir doch hin. Ich werde auch gleich schon mal die Folge beenden. Dann werde ich die Folge schon mal veröffentlichen. Damit ihr heute am 13. Ja, was zu gucken habt. Zack. So. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Gut, dann Amor fehlt uns jetzt noch, ne? Was fehlt uns? Holz und... Ne, Holz habe ich. Eisen fehlt mir noch. Machen wir mal hier... Machen wir Tomate... Äh... Gebackene... Kartoffeln... So, lass uns mal noch eine Truhe machen. Eine Truhe. Ähm... Machen wir... Machen wir weiß nicht, wohin. Machen wir da hin. Machen wir... Ne? Puh... Oh... Okidoki... Denn haben wir schon mal... ...die erste Nacht auch gleich was rum. Aber ich verabschiede mich schonmal. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich werde die Folge jetzt gleich veröffentlichen und dann werde ich noch ein, zwei Folgen aufnehmen. Jo. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und ich bin jetzt wie weg. Und Tschüssi.